okay ich bin bereit warum kann ich aber wir kriegen wirklich die mit kassamere musik holy shit was kannst du meine rettung nicht benutzen und ich weiß nicht warum weil du nicht im kampf ist kannst du nur im kampf benutzen ach so glauben ich bin rettungsexperte okay okay das hier hat position ja okay wir haben schon mal aggro probleme oh mein gott die aoe war ein bisschen schnell arsch gesicht ja vielleicht wenn er so anfängt weiß man dass es gleich kommt jetzt die frage ob ob es immer das gleiche ist was kommt wird krass damit sammelt noch mehr magische energie siehst du okay erdatem 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 ja ich lebe akmon ja akmons ich liebe sie er hat sie nicht vermisst die akmons langweilig die kommen noch her die werden noch her erdatem schwimmen raus oh fuck ich hab meine dots nicht oh mein gott ist er ein arsch okay also anhand wenn er so dreht muss man von ihm weg und wenn er so sorge saltus macht dann jetzt ist man ran jetzt weg jetzt ist weg jetzt ist auf jeden fall weg oh mein gott da kommt eine zweite fläche sagt mir das so einer meine nase nein rein rein macht das jetzt noch mal oder dreht er sich ja rein rein was was ist denn das für ein bild anhand der kombination die er macht wahrscheinlich sind verschiedene patterns ja wie ist denn dann savage oh das wird lustig geh mal in den rand ich will mal wissen ob man dann stirbt rein und kommt jetzt noch mal macht er das jetzt noch mal jetzt müssten wieder kreuz kommen jetzt müssten wieder kreuz kommen ja ok also wenn er zweimal saltus macht wenn er zweimal seite ausmacht ist kreuz aber das hat er vorhin auch gemacht nee da hat er einmal drehung gemacht und dann salto also ok ich verstehe oh mein jäh er hat sie nicht vermisst oh das ist auch das ist so hart padden dann für den baden ich kann die oh mein gott das wird so hartes padden sein für den baden wenn das so auch in selbst existiert dann wird der bade wahrscheinlich auf platz eins landen was warum wegen den dots der der baden basiert ja auf prox und die dots ich kann auf jeden dieser dinger meine dotz klein und krieg halt 1000 1000 prox gerade ja ok der ist echt unverwundbar holy shit also wenn das so ein savage existiert ich kann mir aber nicht vorstellen dass es dabei bleibt 82 vielleicht sollten wir mal geheilt und so werden das wird schmerzhaft das hat gar keinen schaden gemacht okay das sind mehrere der menschen auf einmal verstehe ne mana hast ja gleich in 30 sekunden aber ich kann wieder meine oberen spielen schweif spitze weg vom weg vom schweif weg vom schweif glaube ich war das ach nee das ist auch okay also es gab mal so ein kars der so hieß ach guck mal da kommen dinger angewandert die laufen jetzt durch die stage einmal wunderschön dabei noch aoe ist dass das wird ein klein leichter clusterfuck fight auch nicht bewegen gleich nicht bewegen gleich nicht bewegen oh gott wir müssen uns gleich bewegen warte er dreht sich einmal und er dreht rein 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 in mit karsomre rein ich oh gott bin ich zu weit um gott oh gott das ist fies das erinnert mich so an o1s o1s mit dem rein raus während glatteis ist ja 3 das ist wahrscheinlich akvon auf dem tank oder ach nee das ist das ist zufällig auch party member akvon aber kann einfach auslaufen ja 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 klar ach scheiße ich habe nichts gesehen ich habe es nicht gesehen ich bin tot ich bin ja habt ihr eine dm ja gleich ich lese gleich renne danke dir und da sind wieder dinger dankeschön für die dritte oh gott er macht noch nie talk patterns wo ist er noch der ist da drüben wir müssen nach rechts wir müssen nach rechts rechts in dem ersten aus wo ist rechts posten wo ist osten auf die karte gucken kommt da noch ein drittes mal ne ok oh meine meine blumen sind voll jetzt kann ich so viel damit anfangen ok er dreht sich warte er dreht sich die zweite kombination ist er dreht sich weg von ihm weg von ihm das ist cool erdatem wieder erdatem die leute müssen einfach nur spreaden oh shit soll ich jetzt hartgasen akvon stacken ihr lasst uns jetzt aber hier nicht sterben oder holy shit 44 karte da haben zu wenig leute gesteckt äh heal lb heal lb gut schweifspitze weg von seinem top oder von seinem hinten von seinem top oder von seinem hinten hinten top im sinne von vorne so wieder nicht bewegen wir müssen gleich wieder seinen pattern gucken einfach am rand vom osten stehen so jetzt was macht das ok auseinander erstmal oh gott ich darf den rand nicht berühren oh gott auseinander äh ich werde das nicht überleben weil ich kann dann oder doch ich überlebe das war war das deine bene ja da kommen wieder von links nach rechts die eisdinger wachsen die eisdinger wachsen die eisdinger wachsen ich weiß nicht und dabei kommen noch always durch die arena als man das nicht sieht aber okay gleich wieder vereisung wir müssen auf seinen pattern achten wahrscheinlich Gehen wir ein Stückchen näher ran. Okay, er dreht sich. Dreht er sich nochmal? Ja, er dreht sich. Weg von ihm. Oh, ich bin im Rand. Oh, der Rand ist gar nicht tödlich. Nein. Ich dachte, wahrscheinlich ist der Rand in Exkai tödlich. Ich hab mal Mana Song. Agrai, das sind wieder zufällige Leute. Einfach laufen währenddessen. Äh, er dreht sich. Er macht ein Salto. Ich weiß nicht, was er bei zwei Saltos macht. Äh, ich glaub Kreuz. 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 Ein Prozent. Komm mal an. Ach komm, das haben wir. Was? Okay, er macht nochmal den Dings-Zaboomster. Den durch die Arena döschen. Er kommt noch ein zweites Mal. Er kommt gleich ein zweites Mal. Gucken, wo er ist. Okay. Äh, im Westen ist sicher. Nordosten ist sicher, wo wir alle stehen. Jetzt rettet sie mich wirklich noch. Ja, klar. Wow, wirklich bei ein Prozent muss er nochmal verschwinden, ja? Der hatte wirklich... Sind Timer fürs Sammeln. Oh, ich danke dir, René. Dankeschön. Sind die schon komplett da, ja? Die Timer. Ich danke dir, René. Ist doch bei... In dem 1,24er hat man doch zwischen Joey auch irgendwas, wo er jedes Mal kurz, bevor er... Bevor man den geschafft hätte, nochmal... Ja, 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 ja. René, wenn du eine neue Rota findest, die wir brauchen, wäre cool, wenn du mir Bescheid gibst. Also, falls du eine Rota findest, die abseits unserer normalen Rota besser funktioniert jetzt neuerdings. Kann ich dich später... Sind alles die Alten, okay. Kann ich dich später wegen Spezialist anfragen, wenn die anderen Leute fertig sind? Also, wenn sie dich nicht mehr brauchen? Ich weiß nicht, ob sie dich bis heute Abend brauchen. Aber wenn... Ich werde mich ab 15 Uhr um meine Sachen kümmern und meine Sachen craften. Äh, kann ich dich da notfalls anfragen? Ich danke dir vielmals, René. Ich weiß, die Situation ist ein bisschen merkwürdig und doof, aber ich danke dir, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ähm, ich würde jetzt die Quest machen und dann kurz reparieren in Regas Reach. Vielen Dank. Vielen Dank.